leute 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 ich fasse es schon wieder nicht. ruft der kunde an, fragt ob ich ihn in seinen t5 bus neuen schalthebel einbauen kann für das automatikgetriebe. hier so ein hier. ich sage ja ist ja kein problem. er hat auch schon schalthebel besorgt, liegt im auto. habe ich den ein bock hier raus gebaut. hier das soll der neue bock sein. hier haben sie kabel alles abgekniffen. freundlicherweise da direkt hinter dem stecker. jetzt kann ich hier alles wieder neu anlöten. man 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 man. ich verstehe so was nicht. also wenn die leute zu blöde sind so was auseinander zu bauen, dann sollen sie doch lieber klimakleber werden oder was. da können sie nix bei verkehrt machen. junge 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 junge. kann ich mich über sowas aufregen. so eine scheiße. hast du wieder nur arbeit von dem ganzen mist, weil irgendeiner seinen job nicht richtig machen kann. man 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 kann. naja ich muss es wieder fertig machen. leute bis zum nächsten mal. haut rein. ciao.